Bayern, den 11. Dezember 2022 Sehr geehrte Damen und Herren! Leider konnte ich Sie telefonisch nicht erreichen, deshalb schreibe ich Ihnen heute. Ich habe eine Waschmaschine bei Ihnen gekauft. Leider ist sie jetzt kaputt. Die Waschmaschine ist erst sechs Monate alt, deshalb habe ich noch Garantie. Ich würde gerne wissen, ob ich eine Waschmaschine bekommen kann. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, dann erreichen Sie mich am besten unter folgender Telefonnummer 0987654321. Ich freue mich auf Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen Tobias